Ahoi Leute und willkommen zu demnächst von Borderlands Part 10 mit Kishi, Fischi und mir wieder. Und immer noch in dieser super Höhle hier, die Lost Cave. Wir sind immer noch dabei, das Reparatur-Kit für Claptrap zu finden. Das ist ein kleiner Pisser. Und wir sind immer auch der Suche nach diesen Chocos-Teilen, oder wie die Teile heißen. Warum auch immer. Ja, weil wir damit questen wollen. Ich hab übrigens gerade erst mal die Musik ausgemacht, weil die richtig laut auf meinen Ohren ist. Das ist richtig schlimm. Hast du sie für dich ausgemacht? Ich hab sie komplett ausgemacht. Kann ich gar nicht mitnehmen. Schlechter als meiner. Ist er besser als deiner? Wenn du hier gerutschst, dann wird dein Alter dadurch ersetzt. Und wenn er schlechter ist, dann... Der ist besser. So, sind wir genug Chokras-Teile schonmal? So, sind wir nur noch... Jeder aus mir hat schon Chokras-Teile erhalten. Sie ist für uns adjektiv gut. Das heißt, wir haben nicht mehr durchgeflittert. Okay. Moment mal. Wir haben nicht mehr durchgeflittert. Also wie immer. Das heißt, ich stehe in eurer Schritte oder was? Ja, klar. Ja, klar. Ich bin auch erst mal weggelaufen. Ey, was eigentlich ist denn das hier? Warte mal, man sieht's. Gebt dir aufs Maul. Jetzt hat er totgeprügelt. Mit meiner Frau. Und ein Miniaturschutz oder so. Hat sich von hinten? Oh. Könnt ihr dir bitte auf... Ich hab nur einen gekillt. Den anderen hab ich nicht gekillt. Den anderen hab ich nicht gekillt. Den anderen hab ich gekillt. Ja. Du, Freddy. Bist ein Sniper. Ja. Ja. How about... Geh nach hinten? Ich mach auch ganz gut Schaden. Ich kann auch gut Schaden. Die ganzen Leute so von... 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 Und wenn ihr mir dabei nicht helft... Ich hab nur eure Schuld. Das Leben schlägt. Ich bleib meistens auch hinten stehen. Weil ich sonst überhaupt gar nicht überlebe mehr. Ich muss vorne hingehen, weil ich sonst hier keine Phase machen kann. Wieso bin ich denn mal der ganz vorne ist? Ja.. Warum? Weil mich nicht strategisch positioniert. Genau. Ich platzier mir einfach so, dass ich die großen Typen am besten töten kann. Ja, aber du darfst nicht ganz vorne stehen, Freddy. Du bist der Sniper. Mein Gott, natürlich bist du ein Sniper. Ich bin nur mein Combat-Royper. So, nochmal, also wie auflevel ich denn? Ich level auch gleich schon wieder, oder helfe ich zumindest. Wenn du Leute tötest, kriegst du extra Bonus, ja, ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt immer kritten, dann kriegt ihr 15% mehr Erfahrung. Ja, das war aber auch schon vorher, so nur ein bisschen weniger halt. Ja, ich hab's jetzt nämlich vollgeskillt gerade. Shotgun-Money, so viel. Du kannst doch einfach eh gedrückt halten. Ja, kann ich auch machen. Okay, dann müssen wir zwar nicht mehr rein, weil wir schon einen Teil haben, aber hier ist es schon echt ein schöner Endfighter. Okay. Wow, fuck, zwei. Ja, klar, warum auch nicht? Ich mein, wenn, dann ist es richtig, ja. Hab den einen angezündet? Die brennen irgendwie nicht so lange. Ich hab den anderen angezündet, das ist eigentlich ziemlich lange. Was zum 40 steht denn in mir? Surprise, Batsche. Die Granaten ziehen übrigens ganz gut. Ich sollte mal Granaten verwenden, wie wirft man Granaten? Hab ich überhaupt Granaten? Klar hast du Granaten, du hast vier. Wahrscheinlich. Ne, drei. Drei. Kann schon sein. Ich brauch mehr Munition, Alter. Ich brauch ganz dringend Speichertack- Speichertack-Upgrades. Spawnen die immer neu? Ne, aber spawnt's nicht viel davon. Ich hab keine Munition mehr. Selbst wenn ich mich irgendwo... Oh, da ist ja einer. Ich muss hinter dir stehen, weil ich nichts aushalte. Ich halte nichts aus. Ich komm ja nicht weg. Du kommst doch gar nicht damit klar, wenn keiner hinter dir steht. Ich muss F drücken, reinrushen, bisschen Schaden machen, wieder rausrushen. Ich bin übrigens runtergefallen. Ich brauch einen Augenblick, bis ich wieder bei euch bin. Ich bin übrigens auch runtergefallen. Das ist ein bisschen doof. Ich repare gleich mal den Clap-Trap, wenn ich schon hier unten bin. Ich komm mal schnell zu dir, Tischi. Ja, ja, bleib, bleib, bleib. Ich hab das noch ein bisschen mehr als ich. GG. Ich lass mich doch nicht von so einem Wix-Finger da. Danke, verehrter Reisner. Nun kann ich wieder die mir übertragenen Aufgaben ausführen. Übrigens, dies habe ich gefunden. Es scheint, als könntest du es... Als könntest du so etwas gebrauchen. Da hinten kommen... Ich glaub, die kommen endlos. Die kommen nicht endlos. Ja, nee. Aber da hättest du noch eine Waffenkiste, die ich haben. Was machst du da? Wo ist denn die Waffenkiste? Ganz am Ende bleiben. Oh, Fischi geht einfach alleine vor. Ich bin bei der Waffenkiste. Komm zu dir. Ist ein Sniper, ist ein Sniper, ist ein Sniper. Was war einer? 75er. Und eine schlechte Dingens. Ich mach kurz noch die andere Waffenkiste auf. Boah, jetzt reicht's hier, aber jetzt gewinnt. Ein krasser Raketenwerfer, der schlechter ist als meiner. Als deiner nur Raketenwerfer? Ah, den nutze ich sogar teilweise. Äh, Kirschi weg. Ich hab keine Munition mehr. Für keine Waffe. Da ist doch so einer. Medi-Kiss. Boah, Kirschi kann Raketenwerfer. Kirschi kann so gebrochen sein, ne Klasse. Ja. Piss dich. Boah, mein Raketenwerfer hat so eine unglaubliche Ladezeit. Au. Oh, Lade. Da die Scheiße aus dir. Alter, hab ich den runtergebrannt. Nachladen. Scheiße. Ich hab aber noch ein bisschen über eine Sniper aufgeschossen. Was, Kirschi ist gestorben? Nein, 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 Kirschi ist tot. Oh, du bist ein Idiot. Was? Dass du das erst jetzt merkst. Ich mein, Kirschi und ich haben das schon dreimal festgestellt oder so. Und du? Oh, 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 die spoilern wirklich aus. Die zwei reden hier doch keine Scheiße. Mensch, oh. Kirschi, komm mal in die andere Richtung. Genau. Ich komme. Ich komme. Oh, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Klass, Klass, lass. Das ist ein Scheißverzapfen, Alter. Wie weit ist der? Halbar schon? Ähm, 12 Minuten 59. Alter, meine S-I haben eine LMG, ist so richtig schlecht. Ganz ruhig, neuer. Der Pizzer steht da nicht hin, ja. Der Pizzer. Der Pizzer. Der Pizzer. Der Pizzer ist einfach ein bisschen OP, ne? Ich habe ein bisschen geschrien. Deine Sniper ist einfach total OP. Ich habe keinen Schuss mit meiner Sniper abgegeben, übrigens. Mit welcher denn? Ich habe Schaden mit meiner Assault Rifle gemacht und mit meinem Revolver. Ich mache mir gerade übrigens erst mal den Nahkampfschaden in die Phasenbohr hoch. Was geht denn? Weil ich eigentlich ein Nahkämpfer bin. Oh, da sind wir diese komischen Krabbelwurmlarven. Ja, mach mal so. Ja. Auf eine Warte müsste ich hinschauen, einmal auf den Bauch schießen und sind tot. Oh, hi. Ich verstehe gar nicht, warum die sich wehren wollen. Die kommen so oder so in den Topf mit heißem Wasser. Ne, die sind ekelhaft. Die schmecken richtig gut. Ihr probiert. Ich auch nicht. Boah, ich werde es auch nie. Ich werde es auch nicht mal die, äh, die, die, die Sacred-Rezepte. Oh ja, stimmt. Das sollte ja noch nicht sein. Das müssen wir aber erst machen, wenn wir Sacred gemacht haben. Wie was? Ähm, in Sacred kannst du Rezepte finden. Äh, in Sacred kannst du Rezepte finden. Ja, richtige Rezepte. Also Wachteln und sowas. Halt mittelalterlich angehauchte Rezepte. Und Freddy und ich wollten mal eine Serie machen, so aus Spaß, wo wir die Rezepte machen. Mach doch. Das Ding ist einfach, dafür müssen wir erstmal die gesamten Rezepte finden. Und wir zocken ja momentan leider nicht, weil das jetzt mit meinem Computer nicht kompatibel ist. Oh. Ja. Oh. Und weil er keinen Bock hat, sich nur eine zweite Festplation und da Windows 7 zu installieren oder so? Weil ich mir keinen Bock hab, irgendwie Windows 7 zu kaufen, weil ich kein Geld dafür hab? Du hast Geld für alles andere, nur nicht für Windows 7. Wofür hab ich denn bitte Geld jetzt? Vielleicht fällt mir gar mal von Windows 7. Ich bestell momentan nichts auf Amazon. Momentan. Momentan, letzte zwei Tage. Das letzte, was ich bestellt hab, war ein Handtaschen für meine Mutter. Du hast davor noch zwei Sachen bestellt. Ja, zwei Messer für mich. Und davor nochmal ziemlich viel Zeug. Davor hab ich mir... Weiß ich gar nicht, was gekauft. Boah, ich würd da ließen alles hochsgehen. Könntest du mal ein Schluckchen nehmen, ne? Ja, lecker. Schluckchen Affelsaft oder was? Äh, jaja. Ne, Malibu-Saft sogar. Malibu-Saft? Das ist... Ja, ist Malibu-Saft. Äh, Entschuldigung. Äh, ich wollt nicht Malibu-Saft sagen. Ich wollte eigentlich, äh, Maracuja-Saft sagen. Achso, ja, okay. Machst du Auto? Äh, ich hab grad nicht das Auto gemacht, das ist mir aufgefallen. Ja, du teleportierst dich einfach immer zu Freddys Fahrersitz. Wieso tue ich das? Weil du auf... Zum Fahrersitz teleportieren drückst. Ne, nicht zum Fahrersitz, sondern zum Schützenplatz. Ja, genau. Ich will aber eigentlich ein Auto machen. Hier. Ey. Ich lass mich aber doch rumfahren. Da ist der Fahrersitz. Ich hab grad einen Schläger... Ich hab grad mit einem Schläger eine Rakete geschossen und der ist dann in mein Auto geflogen und ist dadurch gestorben. Frauen haben Fahrer. Ja, ist auch besser so. Alter. Ich bin heute Morgen zur Schule gefahren, ne? Ich, äh, muss ja 45 Kilometer fahren, um für die Ausbildung in die Schule zu gehen. Und da hatte ich heute Morgen eine alte vor mir. Mit einem getunten, äh, Audi A5. Das Ding hatte hinten komplett alles verändert. Es waren keine Symbole mehr drauf. Es war ein komplett verändertes... Was machst du da? Ich wollte nicht aussteigen. Komplett vereinnerte Rückfront. Hatte Aufkleber ohne Ende drauf mit dummen Sprüchen über schnelles Fahren. Und diese Frau ist auf der Landstraße 70 gefahren. Höchstens. Teilweise auch nur 60. Und ich dachte mir einfach nur, ich bringe sie um. Kirschi, du darfst nur mich vögeln, nicht das Auto. Hier ist das versprochene Artefakt. Viel Spaß mit deinem neuen Schockfertigkeit. Wir können jetzt alternativ auch ein Schockartefakt ausrüsten. Wie kann man nochmal eigentlich Turbo machen bei dem Autos? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche übrigens momentan, ein Mäuschen zu finden für Let's Plays. Also ein richtiges Mäuschen. Nicht so ein Ding wie Erill. Oh, Schott's feiert. Apply code to that burn. Ich bin nur ehrlich. Also wer Erill nicht mehr kennt. Erill ist aus dem MMM-Projekt. Wo sie zu mir meinte, magst du gehen? Ich meinte, magst du mir einblasen? Und dann sind die auf mich losgegangen. Und wer sie noch nicht gesehen hat. Ich habe unter ihr Video, wo man sie sehen konnte, geschrieben. Okay, ich mag doch lieber gehen. Also wer sich das angucken will. Aber es guckt hier wahrscheinlich eh keiner zu. Sie wie über meinem Stream neulich. Ich sehe dich schon. Oh, Alter, das ist echt sehr fest. Sie wie über meinem Stream neulich, ne Freddy? Ja, woher ich immer zuguckt habe. Ich habe gestreamt. Du solltest mehr streamen. Ja, genau. Auf Twitch. Genau, auf Twitch. Punkt TV. Slash LeFishy übrigens. LeFishy macht übrigens jetzt an jedem Freitagabend einen Stream. Ich habe übrigens auch einen Twitch-Account. Ich streame nur nicht. Okay, wer von euch bester bei der Auto hingestellt? Ich bin nicht gefahren. Das kannst du mir nicht nachweisen. Ich enthalte mich mal, meine Meinung. Ich verkaufe gerade erstmal Waffen. Kirsch, die Wartestoff, ne? Ja, ja. Oh, hier war gerade ein Revolver bei mir mit 85 Schaden. Freddy, brauchst du sowas? Ich habe einen mit 135 Schaden, einmal 70 Schaden plus Explosionsschaden. Ja, Freddy hat ein paar OP-Waffen. OP-Waffen sagt er, genau. Ist so. Ist so. Ich weiß doch. Nur weil ich besser equipped bin und besser schieße und mehr Spiel habe und ich tausend mal wiederbelebe und einfach der Quickscop-König in ganz Europa bin. Ich glaube, du hast mich bisher einmal wiederbelebt. Ja, aber Kirsch, die habe ich schon allein heute wiederbelebt. Mich hast du ein bisschen öfter wiederbelebt. Ich auch. Aber Kirsch muss halt auch reinstürmen. Ja, ja. Ich bin ein Berserker. Berserker? Berserker. Ja. Meine Zunge will den Krampf entficken. Weißt du, die beste Waffe, die ich habe, hat irgendwie so 30 Schaden oder so oder 50? Ja, nein. Das letzte Submaschinen-Gewerker, die es dir gegeben hatte, hat 55 Schaden. Ich will da reinfahren. Die hat 50. Ja. Ähm. Fuck. Kannst du mich vielleicht ein bisschen raussprengen? Ich habe mich so ein wenig festgebrochen. Warte, ich kann dich bestimmt rausboxen. Das hat nicht funktioniert. Ich kann ziemlich Gas geben. Tränk mir nur nichts. Warte, ich habe eine Granate unter uns. Soll ich einfach porten? Könntest du bitte aufhören zu schießen? Soll ich einfach porten? Hat nicht funktioniert. Ob ich porten soll? Ja. Ja. Oh ja, geiler, Alter. Die Augen sind cool. Ja, ich bin lesbisch. Wie? Wie bitte? Ja, mein Charakter ist lesbisch. Dein Charakter muss B sein. Wir kriegen ein iriad... Nein, wir müssen ein iriadnisches, erfaktes... Oh mein Gott. Denksen. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen, aber ich bin frei. Ich hasse es, wenn Spiele scrollen mit Bild auf und Bild ab. Warum macht man sowas? Ja. Ist in der Zeit den Angriff heraus zu... Äh, fahr mal da lang. Fahr mal da lang. Da lang? Da lang. Und dann fahr mal da lang und über die Brücke. Und Jump, Jump. Die neue deutsche Welle Jump, Jump. F-L-E-R. Jump, Jump. Ähm... Liegen wird getrunken. Geil. So, Speicher Deck Upgrade SMG. Hier bin ich übrigens in der Xbox Variante. Oh, das spawned erst jetzt. Coole Sache. Ja, zum Glück, zum Glück haus ich den Server. Ich sollte ihn wahrscheinlich erhosten. Erkeshi. Ne, Erfischi. Ne, Erkeshi. Mein Internet ist zwar deutlich besser, aber noch immer nicht hundertprozentig. Da... Ja, Erkeshi ist in etwa zwischendurch auch einfach mal so... So schnell wie meins. Langsamer als meins. Das stimmt nicht. Nur mein Steam Download ist extrem langsam. Ja, es wirkt sich teilweise auf einzelne Applikationen aus. Ja, mein Steam Upload geht immer erstmal so auf 3,8 hoch. Und dann geht der auf so 500 runter. Oh. Bei mir hat sich das jetzt langsam gefangen. Ich hab auf Steam mein höchstes war glaube ich 10,2 MB. Ja, bei mir war es 10,1 MB. Ich hasse, wenn die sich im letzten... Der lässt sich umgewegen. Ja, das ist klar. Dieser Pisser, Mann. Plötzlich sehe ich, dass so eine Frau rumlatschen um ihn rum. Der dreht sich verwirrt um. Noch während er das erst hat, ist er ihm ins Gesicht geschossen. Er wollte mir halt auch ins Gesicht schießen und ich schieße zurück. Ja. Und da ich nicht erstmal kommen will dafür, dann schieße ich mit meiner Waffe ins Gesicht. Ja, geht schneller. Ja, eben. Naja, kommt drauf an, ob man es drauf hat, ne? Aber er hat es halt einfach nicht drauf. Ja. Klar, ich bin bei dem Punkt. Danke. Ich meine, du siehst ja die Muskeln bei dem, ich meine, Anabolika, da weiß man schon, was kleiner geworden ist. Ja. Weiß mal Bescheid. Das ist logisch. Also, falls ihr das nicht kennt, ne? Bei Anabolika ist der Effekt, große Muskeln, kleiner Schwanz. Und Eier. Ja. Und die Eier, die werden einfach, äh, so Rosinen. Ich will aber noch ein Kompliment für das, was die werden. Ja. Ich bin gleich schon wieder Level 18, Alter. Oh, doch. Glaub mir, das gefällt mir. Ich bin auch gleich Level 18. Zwei Striche noch. Mir ist jetzt nur einer. Das Explosionsleute hat 100 Schaden. Will jemand haben? Ich seh'n nicht. Ich hatte 100 Schaden. Was? Sniper mit 100 Schaden, Explosionsschaden. Achso, Sniper. Sniper. Ja, nehm ich. Nehm ich. Liegt ja an der Hütte drin. Ja. Ne. Hier nehm ich nicht. Hier liegt noch, wo wolle, wenn du die Tür brauchst. Ich bin dafür frei, die macht ab jetzt die Quests, weil er liest das auch ganz gut vor. Ja. Ich verhaspel mich dazu sehr bei. Headshot. Weil ich nicht gerne vorlese. Ja, auch nicht. Ja, aber du kannst es wenigstens. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Oh, und es bleibt noch mehr Schaden. Die ist zwar nicht so genau, aber schießt schneller, nehm ich mit. Er hat nur 5 Schuss. Egal. Das ist die Hütte mit 100 Schaden. Er hat die gerade die Quest angenommen? Wieso hast du das mit der Quest gesagt? Was? Hast du das gerade mit der Quest gesagt? Hast du eine angenommen oder gefunden? Ich habe keine... Ich habe nicht mit der Quest gesagt, Mann. Du solltest dir das vorlesen sollten im Kopf. Achso, nein. Einfach nur so. Alter, wie unglaublich viel Schaden diese Waffe einfach macht, ey. Ih, mutiert der Mini-Psycho. Er ist One-Shot. Da wollt ihr, dass ich hinten stehen bleibe und schieße? Und dann springt einfach mein Sichtfeld hinein. Sag nicht ihr. Ich bin komplett woanders. Ja, sag nicht ihr. Das war nur ich. War meine Scheißidee. Ich brauche die genaue Sniper. Bin gefallen. Kleines Problem. Was denn? Ich habe einen schnellen Psychopathen hinter mir. Oh, das ist schon mal eine schöne Sache. Was ist Kirschi? Keine Ahnung, man. Der macht mich gerade ein bisschen kalt. Bin wieder gefallen. Freddy, hau einfach ab. Und das war der Part. Dann hoffe ich, er hat euch gefallen. Oh mein Gott. Und wir machen jetzt noch die Knallert im Psychopathenfeld. Diese Pisser. Farrik. Farrik. So. Ist tot. So. Gott sei denn. Der Pisser hier. Ist auch noch Sterne. Das sind 1000. Vielleicht kann ich sterben. Was? Ja, dann. Ach, deswegen. Ah. Ich bin gefallen. Kriegst du den, Freddy? Welcher? Ja, äh, Kishi. Hauuup. Hä? Ich bin direkt neben dir. Hauuup. 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 Wo ist er? Hier unten. Da unten. Oh mein Gott, Kishi, dein Tal hier. Du hast ein Korsett an? Danke. Oh. Ja, super. Trotzdem danke. Äh, ja, ich habe ein Korsett an. Fuck, habe ich nicht gekriegt. Ich bin nicht nur fett, ich habe das Ganze fett hochgedrückt. Mir muss es. Weil ich in der Dauer, der vielleicht sollte ich den Puder so gleich mal beenden. Ja. Wir verstecken uns am besten hier nochmal. Also wir reffen mal zurück und dann. Ich sage, ich habe mir den Puder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auch rein und ciao. Tschüss. Ciao, auch rein, tschüss.